Das Reichsmuseum in Amsterdam ist äusserst eindrücklich. Aber du musst keine Angst haben, ich zeige dir jetzt nicht das ganze Museum, nur gerade die ersten Eindrücke. Ja, und dann natürlich auch die wichtigsten Bilder, vor allem das Letzte. Musik Auch die Krachtenfahrt war unglaublich imposant. Aber ich denke, du gehst besser mal selber schauen. Musik 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 Musik